Hallo, wir von der Linde in Lüffingen gratulieren auch recht herzlich zum Jubiläum und stellen uns heute unser regionales Essen vor. Es ist ein Wildkräutersalat mit Brennnesselcrustinis, Quinoa aus Lüffingen, Brennnesselsamen aus Lüffingen und gratinierter Ziegenkäse. Garniert mit Gewendel, das ist der wilde Thymian. Garniert mit Gewendel, das ist der wilde Thymian. Garniert mit Gewendel, das ist der wilde Thymian. Garniert mit Gewendel, das ist der wilde Thymian.